Das Wunder von Berlin Tausende von Menschen strömten in die Stadt. Sie alle hofften auf Heilung. Viele mussten mit Unterkunft in schäbigen Kammern oder üblen Kaschemmen vorlieb nehmen. Die wenigen richtigen Sanatorien hier in Berlin waren längst überfüllt. Wer es sich leisten konnte, quartierte sich in einem der schnell zu Kliniken umfunktionierten Kaffeehäuser ein. Mit der Hoffnung der Kranken ließ sich gute Geschäfte machen. Und mit der Begeisterung der Leute auch. Bald gab es Sammeltassen und Taschentücher, Uhren und Fächer mit dem Konterfei des Erfinders dieser neuen Arznei. Der Wissenschaftler und Mediziner glaubte, ein Mittel gegen eine der schlimmsten Seuchen des 19. Jahrhunderts gefunden zu haben, der nicht nur in Deutschland jeder zweite 15- bis 40-Jährige erlag. Sogar eine amerikanische Zeitung in New York berichtete darüber und zeigte ein Foto, auf dem der Bakteriologe stolz ein Fläschchen in die Kamera hielt. Im Text wurde er mit den Worten zitiert, Berlin wurde auch zum Mekka der Ärzte. Doch dem Rausch folgte Ernüchterung. Bald waren die sogenannten Sanatorien an den davorstehenden Leichenwagen zu erkennen. Am Ende sah sich der Polizeipräsident der Stadt gezwungen, die Desinfizierung jeden Zimmers anzuordnen, in dem ein Kranker gestorben war. Immer öfter verließen ehemals Kranke ihre Unterkunft mit den Füßen voran auf der Bahre. Für den Arzt wurde der Triumph zur bittersten Enttäuschung seines Lebens. Und doch wurde er bis ins ferne Japan als Wohltäter der Menschheit gerühmt. Zur Heilung taugte seine Erfindung nicht. Trotzdem begann mit ihm der erfolgreiche Kampf gegen eine der unerbittlichsten Geißeln der Menschheit, wofür er schließlich den Nobelpreis für Medizin bekam. Wer war das? Robert Koch und der Kampf gegen die Seuchen Geboren am 11.12.1843 in Klaustal, heute Klaustals-Hellerfeld. Gestorben am 27.05.1910 in Baden-Baden. Hat er wirklich daran geglaubt? Oder hatte er sich nur von der Begeisterung seiner Zuhörer hinreißen lassen? Über 5000 Ärzte aus aller Welt waren auch wegen Robert Koch nach Berlin gereist, um seinen Vortrag über Bakterien zu hören. Für diesen 10. Internationalen Medizinischen Kongress war der Zirkus Renz zum Auditorium umgebaut worden. Der Auftritt von Robert Koch am 4. August 1890 sollte Wellen schlagen. Berühmt war der Arzt und Forscher schon vorher. 1882 hatte er den Tuberkulose-Bacillus identifiziert. Auch den Erreger von Milzbrand hatte er dargestellt und den der Cholera gefunden. Er wies nach, dass Hygiene und Zauberkeit der beste Schutz vor Infektionskrankheiten sind. Der 47-jährige Arzt hatte der damals noch jungen Wissenschaft der Bakteriologie Respekt verschafft. Wie man die von ihm erforschte Tuberkulose heilen könnte, wusste aber niemand. Die tödliche Seuche der Schwindsucht, wie die TBC im Volksmund heißt, raffte unzählige Menschen dahin. Sie starben einen elendigen Tod. Erst kam das Fieber, dann spuckten sie Blut, bis sie der Krankheit erlagen. Als Robert Koch nun an diesem Kongresstag zum Ende seines Vortrags kam, wurde es mucksmäuschenstill im Saal. Was er mitteilte, war sensationell. Seine Versuche, so hob er an, seien zwar noch nicht abgeschlossen, aber er habe ein Heilmittel gefunden, mit dem es möglich sei, das Wachstum der tödlichen Bazillen zu stoppen. Nicht nur die medizinische Welt stand darauf in Kopf. Kaum hatten die Zeitungen die Nachricht verbreitet, strömten Kranke nach Berlin, um sich das rettende Wundermittel spritzen zu lassen. Dabei hatte Koch den von ihm Tuberkulin genannten Extrakt aus abgestorbenen Bakterien bislang zwar erfolgreich ein Meerschweinchen ausprobiert. Seine Versuche an München aber, darunter er selbst, seine junge Geliebte und zwei Assistenten, liefen noch. Was trieb ihn an, trotzdem schon jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen? War es Geltungssucht? Geldgier oder gar Größenwahn? Preußens Regierung drängte ihn seit langem, endlich eine Waffe gegen die TBC scharf zu machen. Er selbst hatte das Unterrichten als Professor an dem neuen Hygienelehrstuhl der Universität schon lange satt und wollte ein sein eigenes Institut zur Erforschung von Infektionskrankheiten. In einem vertraulichen Schreiben rechnete er der Regierung vor, mit seinem Tuberkulin sei ein jährlicher Profit von 4,5 Millionen Mark zu machen. Dazu kam es nicht. Viele Ärzte impften mit der Kochschen Lymphe nach der Devise »Viel hilft viel«, während er selbst mit der Dose sehr sparsam war. Seine Probanden wurden 24 Stunden nach der Impfung von Gliederschmerzen, Übelkeit und hohem Fieber geplagt. Doch dann war der Spuk vorbei. Die Patienten anderer Ärzte aber überlebten das Fieber nicht. Kochs schärfster Kritiker, der Pathologe und damals angesehenste deutsche Mediziner Rudolf Virchow, fand schließlich frischer Tuberkel an den Einstichstellen der behandelten Toten. Damit war bewiesen, dass Koch irrte. Der hatte geglaubt, sein Tuberkulin hungere die Bacillen aus. Davon konnte offensichtlich keine Rede sein. Zur Heilung taugte sein Mittel nicht, wohl aber, um zu testen, ob ein Mensch die tödlichen Bacillen in sich trug. Das half vor allem Gesunde vor einer Ansteckung zu bewahren. Auch dadurch wurde die Tuberkulose zurückgedrängt.